gut ruf stärker von plattformen erhöht für wüste torpedos ja ja komm du fliegst schon mal nach power ich meine könnte eigentlich nach war fliegen oder nach grund für ist und hark fliegt nicht durch die raider durch das hast du todeswunsch absoluter mad lad also das klingt doch richtig so hierbei der great promise beziehungsweise du kannst sogar anfangen beauty mitzunehmen und du kannst hier einfach schon mal in den orbit einfliegen und deine 45 k kann ich nutzen um hark und gut fürs zu holen und dann kannst du nach die haben und du kannst direkt schon nach die haben eigentlich so beziehungsweise eigentlich sogar nicht nur nach die haben du kannst in die gerade im holen den dingen das ding und dann ruck an bomben oder mitnehmen und du kannst hier trennen die leute mitnehmen so dann haben wir hier die ganzen stern basis die wir nicht brauchen herunterstufen wenn die frage die ich mir jetzt gerade stelle ich meine ich habe hier oben in asterion eine sprungstation ich hätte ganz gern als rückzugspunkt oder ähnliches aber den wünsch werde ich mir nicht vorstellen dementsprechend bei ich jetzt hier erstmal ein sterntor baustelle hin dass ich hier schneller hin und her komme und das gleiche werde ich dann höchstwahrscheinlich im diam oder in halt viscarous moor machen noch um schneller durch meine eigene um schneller durch meine eigenen systeme fliegen zu können was relativ wichtig sogar ist gut du hast volle flottenstärke dir fehlt noch was das heißt du bekommst ein paar mehr zugewiesen sind alles kürz hat so viele kürz verloren eigentlich sogar überraschend für mich habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet sondern ihr schickt jetzt alle wieder nach dorthin ganz viel davon jetzt wird gerade ganz viel gegessen hier 45 die ich auf esse 2500er garnison das gefällt mir zu sehen irgendwie schickst du keine nachforschung einzeln ach so auch höchstwahrscheinlich welter weltraumsturm wukam trifft ein nein ich habe am anfang dieses playthroughs davon geredet oder er sagt der weltraumsturm in systeme der ganzen galaxie sind massive subraum störung aufgetreten erste berichte deuten darauf hin dass fast 50 prozent der systeme in der galaxie von diesem beispiellosen phänomen betroffen sind dass eine folge der jahrtausende intensiver hyperraumreisen vergangener und gegenwärtige zivilisation zu sein scheint unsere wissenschaftler sind zuversichtlich dass sich dieser galaktische weltraumsturm innerhalb von fünf bis zehn jahren von selbst auflösen wird bis dahin wird sich der sturm auf unsere antriebe schildgeneratoren und sensor systeme in den von ihm betroffenen sternsystem auswirken und chaos verursachen die galaktische gemeinschaft hat diesen sturm offiziell den namen wukwam gegeben und eine allgemeine reisewarnung ausgesprochen was bedeutet ich weiß jetzt natürlich nicht in welchem system wo kam alles wütet kann man das irgendwie auf der karte sehen wo wukwam gerade wütet ich erkenne es zumindest nicht aber ja wukwam ist ein problem system die von wukwam betroffen sind habe ich nämlich keine schilde mehr wenn ich das richtig verstanden habe ich meine ich kann natürlich jetzt mal situation gucken sie aber hier kein kein grund gut oder nichts was mir groß sorgen bereiten sollte ach guck mal hier hier haben wir zum beispiel strom ein sturm grad das ist quasi wukwam über die geschwindigkeit 50 prozent reduziert und schilde 100 prozent dass wir haben keine schilde in diesem system hier was jetzt nicht so viel oder nicht so schlimm ist bedenkend wo ich mich befinde eine quasi in einem komplett geklirten gegnergebiet aber trotzdem nervig kein keine frage so 8200 ach so du kriegst zwei korbets und hier gebe ich mal die 8000 mit okay ja okay das sind ganz viele schlachtschiffe die ich noch bau für die eine flotte dort so ich meine ich könnte nach mir oben befreiung befreiungsschlag in anführungszeichen setzen nicht dass ich jetzt wirklich das bräuchte oder groß sorgen haben müsste ach stimmt ich habe ambitionen ich kann nicht bau geschwindigkeit plattform hoch baulimit megastruktur plus 1 könnte ich quasi drei bauen monatlich mineralien hoch große flotte ist unterhalt von schiffen ich meine unterhalt von schiffen runter klingt schlecht machen wir mal unterhalt schiffe bedeutet mehr energie credits und mehr so wie schaut ihr aus ich meine forschungs und technologisch sind sie mir beide ebenwürtig ihr kämpft auch federal independent systems galactic information alliance wo also ihr spielt ihr kämpft gegen da kämpft ihr mit gegen da ja also ist momentan an die ganze galaxis gegen fino und da am kämpfen got it das heißt vermutlich dort ist auch deren flotte dann ne würde ich einfach mal spontan behaupten wollen so das sind noch zehn leute die dort sind ich verstärke ich auch einmal bei dir sind es auch nur noch kreuzer und schlachtschiffe die fehlen ja so und great promise sind noch 44 leute drauf das sind ein paar zu viele zum händischen rüber schieben aber man merkt warum ich in xudra ganz gerne eine station hätte so daraus mache ich auch eine bastion sogar so du kümmerst dich dann darum du gehst hier in den orbit und die leute hier drauf die gegessen werden können werden woanders hin geschickt zum gegessen werden und ihr geht dann halt hier hin so gut hilf mal kann ich herab stufen das bräune ich ja was kann ich herab stufen das bräune ich ich meine das würde mich auch nicht stören bis xudra quasi das gebiet wieder abzutreten bei xudra so ziemlich das einzige ist was da probleme machen könnte voldora kann ich für es wahrscheinlich auch herab stufen dann erstmal ja das brauche ich auch nicht als bastion ergibt da keinen sinn für mich das zu behalten oder behalten zu wollen weißen sphärebau sich die energie des sternes nutzbar zu machen ist schon seit anbeginn der zeit ein traum der bestäckischen ingenieure gewesen von der kruden verfeuerung bis hin zur schlechten schlechten solar fusion nachahmung jetzt sind wir bereit uns diesen traum zu erfüllen im anachronen system befindet sich das gerüst auf das wir eine sphäre bauen werden sie wird anachronen umgeben und die kataklysmische energie des sternes monopolisieren jetzt haben wir hier die meistens ihre baustelle schön für alle die die nachtmodus oder ähnliches nutzen bam da ganz hell ist halt wirklich 10.000 kostet mich das was nett ist hätte ich ganz gerne problem ist die jungs sind halt leider heiß begehrt ist gut überall habe ich verbesserte ich habe die noch immer nicht erforscht das sollte ich jetzt mal langsam machen dass ich noch mal die besseren mega die nanoligierungsgießereien zu lang genug das vor mir her gedrückt so eine materie dekompresse den werden wir auch bauen das ist quasi eine dyson sphäre nur für mineralien was auch super ist also absolut stark sowas haben zu können ich werde mal ganz kurz jetzt in unsere fly manager gehen und wir haben wie man sieht wir haben eine max stärke von wir könnten wir können 210 schiffe pro flotte drin haben so dass ich überall noch mehr schlachtschiffe reinsetzen werde ich werde vermutlich dann den rest also dass sie auf 10 hoch genau dann noch titan reinsetzen so vermutlich dann den rest mit corvettes auffüllen ich glaube viel größer als das kann ich mit der flotte nicht gehen sondern jetzt haben wir uns xamaton ja das ist auch mal ordentlich mineralien johann ordentlich energie und die beiden haben auch eine ordentlich energie wie schaut ach das sind habitat ignoriert traue ich will ich nicht ist müll so das sind noch 23 leute die 23 leute kann ich ruhig mitnehmen sprich wir landen jetzt hier in great promise schieben die dann einmal nach irgendwo hin wo sie mich nicht stören so genau die stelle zu die früher als united lotsa water colonies bekannt war wurde von seinen feind zerstört das schmied und die würde ich jetzt nach forschung 2 einfach überschicken wollen die zu säubernden so ob zustimmen zustimmen so und auch ruhig meine leute gut ihr beide könnt dann bitte nach parisax erst mal fliegen und das kann ich herab stufen und genau xuda wird jetzt gerade verbessert hast du ein paar sacks eine hast du ja kommt noch ein ressourcensilo ran riegel könnte ich eigentlich auch in den anker platz um funktionieren mache ich glaube ich auch jetzt schon das heißt ich dem thema ganz kurz den ziel computer und die das kommando zentrum dass mir dann angezeigt wird freund du kannst dann noch gadgets reinsetzen so wo ist das andere du bist gerade das andere so das heißt hier kann ich dann auch die besatzungskammern reinsetzen das schon mal verstärken und dann geschützt batterien dran das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar richtung zitadelle verbessern kann ich eigentlich die konsumgüter verkaufen nein ich bin treibende flotte schiffe die wir auseinander freue ich nicht das sind die nano legierungsgießereien die sind hervorragend für uns die flaggeräte nehme ich mit bedeutet nämlich für mich dass ich hier auf nicht auf dieser welt da auf legierung 1 kann ich noch einen ganzen batzen an weiteren gießereidrohnen haben insbesondere mein idee der hauptteil schießt sich gerade den wartungs ton hinein was nicht wirklich von interesse ist so ja das ist vermutlich die letzte art von verteidigung die sich sich jetzt gerade aufbauen und dann zu darauf habe ich definitiv die also ich habe jetzt gerade auch einen sturm ja wie schaut das sind die haben aus die haben ist momentan noch sturm befreit das ganz nett ist weil wenn die ich meine wenn die während des sturms in uns reinspringen könnte es böse einen du magst apfelsaft apfelsaft ist gut persönlich bin ich zwar eher ein apfelschorle fan aber apfelsaft ist auch nicht schlecht so hier kann ich einmal ganz kurz auch die ganzen legierung skisereien aufbessern das wird mein energiekredit und mein flüchtige teilchen besitzen ein bisschen kaputt machen aber das ist glaube ich okay so wach posten alles für die regierung ich weiß halt auch noch immer nicht was ein guter legierungs wert ist also wie viel legierung man quasi bekommen sollte zu einem gewissen zeitpunkt im spiel ist zwar das sind 77 auf der welt das ist ja viel und jetzt auch die bergmann lese dann habe ich endlich dieses ganze müll weg endlich all diesen ganzen schrott loswerden so krähen ach das sind 85 da drauf ach du grüne neune so und ihr drei könnte noch mal verbessert werden tatsächlich ist für mich aber die disons wäre ein bisschen interessant wobei die wach matrix wäre auch nicht schlecht nachher gerade positive energiekredit dann sich deine wach matrix kaufen oder bauen zu können ist eigentlich nicht schlimm ich gucke mal ob ich es schaffe noch mal ich wollte mal gucken ob ich noch mehr auf noch mehr regierung kommen kann aber die zehntausend haben ja auch in wenigen monaten zusammen erwartet da wohl auf irgendwas darauf dass ich mich zurückziehe er mehr zur verfügung hat weiß ich nicht ich weiß nicht was er von mir möchte aber gut wir beobachten ihn er beobachtet uns und einer wird am ende des tages unglücklich sein und ich glaube das wird er sein weil ich habe den längeren hebel so du bist du dir haben du bist ein zio bier das sollst du auch erstmal bleiben du gehst hier auf krähen runter dass du die leute damit nimmst so weil kann ich auch noch mal ganz kurz verbessere dich sogar zu einer zitadelle ein kleines bisschen sorge habe ich nämlich clear empire hat ihre wach matrix abgeschlossen das ist gruselig ihr seid komplett von da über überrannt oh meine güte bist du mir ein bisschen leid für euch okay das war gerade kollektiv ich war gerade kollektiv ihr seid nicht zwingt in einer lage mich beleidigen zu können ihr seid umgeben von allem von drei unterschiedlichen 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 fraktionen von den glir von einem anderen schwarm bewusstsein und von den robotern die sich schon als kriegsfreudig zurück zur zurück geht hat wobei naja mark tun sie halt was wollen nicht sind hier noch kinder sind hier noch kinder ist hier nein ich meine ich kann das ein bisschen anders machen wo habe ich es das war eigentlich nicht was ich wollte wie gesagt die sprung antrieb ignoriere ich ich würde nämlich ganz gerne versuchen wollen roboter zu haben als problem ach guck mal nach flotten kapazität kapazität plus 20 ich habe vergessen was ich machen wollte ach so ich wollte hier unter erlasse gucken und einmal fokussierende kristalle sowie explosiv davon da bin ich wirklich na okay das passt dann soweit und dann springt ihr einfach mal auf merop herunter okay du brauchst ja noch immer ewig für naja das ist wie gesagt visker ins mahr oder ernes ernes wir eigentlich noch mal ein besserer punkt zu haben fortgeschrittene träger produktion metallogen ja natürlich dann gucken wir uns das mal hier ganz kurz an sollte das eigentlich gewinnen das bringt das spiel dazu ein bisschen dazu in die knie zu gehen ja meine schiffe sind schon so cool und denken sich so wir gehen hier einfach weiter so ihr müsst euch jetzt dann reparieren und ich glaube ich habe auch einen ganzen batzen ende von karnwisam star hegemone wie auch immer da flottenkampf statistik ja ich habe kreuzer habe ich schlachtschiffe verloren ne glücklicherweise nicht weiter die eine flotte alle corpets verloren das tut wirklich weh ja irgendwas da oben ist gestorben und ihr habt euren krieg vermutlich jetzt beendet ne ja ok wegen meiner so und jetzt wird ihr ganz kurz repariert ich meine eigentlich kann ich die auch hier schon aus merope rausziehen einige von denen im xudra system haben wir eine sterntaub baustelle errichtet ja bitte upgraden danke ich könnte auch einfach schon nach euch hier weiter schicken wollen zum warte bis hier repariert sind und dann schicke ich euch los dann kann ich nämlich die zwei nach phoenus gott zwei dinger drei dinger da ist eine sterntaub baustelle die würde ich sogar ganz gerne ausbauen 98 74 ach du scheiße kann ich nicht richtlinien ähm orbital bombardierung wirklich kann ich nicht nicht meiner äh rakrak hat lachax consciousness ok ich darf nicht einfach die 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 armageddon bombardierung benutzen verzeih mir das ist doof ich will armageddon machen noch manno spiel ist fies zu mir hätte ich übrigens auch nicht erwartet ich ging jetzt stark davon aus dass ich einfach aber geht und machen kann selektiv willkürlich überfall darf keine bombardierung machen ihr kommt aber einfach mal bitte das leben aus dem raus ihr fliegt dann nach ich wusste es habe ich hier oben eine flotte ja ich wusste es es war mir so klar dass das passieren wird so du ist 50k gegen 25k das funktioniert so landen was bist du für eine welt du bist eine 25 welt die behalte ich was habe ich hier für eine welt das ist eine 14 die machen wir ignorieren wir so wie gesagt die möchte ich behalten exotische gasraffinerien synthetische ach das ist eine raffineriewelt die du gemacht hast das kann ich reparieren dass die schwarmbauten sind okay die zivilindustrie wird ersetzt durch ein laichbägen wo habe ich es exotische gasraffinerie wird durch ein klontag ersetzt ich ersetze jetzt erstmal einfach nur staub ente falle staub ente falle gas extraktions brunnen ebenso wie wo ist es ich suche den zweiten grad hast du nur ein kann kann ich nur einbauen den turm entfernen hast du schon ein aber du hast schon ein und du hast die staub ente falle noch nicht gebaut okay das heißt sie kommen ja auch in die finde ich hast du die doch gebaut chemie anlage chemie anlage chemie anlage oder habe ich die schon kristallmine ach so okay habe ich noch eine kristallmine ich habe jetzt gerade nicht gesehen und dafür müsste ich ja auch zwei machen können scheint hier wohl irgendwo zu sein so und dann werde ich jetzt die sache tatsächlich auch wieder in einem legierungsgießerei umwandeln so mit einer verarbeitungshub ist okay ich ersetze ich mit einem energienetz dann baue ich das hier einmal aus das einmal aus und hätte ganz gerne wartungsdrohnen jagdsucherdrohnen so ihr folgt dem und nehmt wieder ein paar leute mit das ist halt jetzt hauptsächlich problematisch weil da so eine hohe verfügstung ist ich setze noch ein paar von meinen von meiner hauptwelt rüber und dann sollte das gleich nach und nach besser werden hoffentlich theoretisch praktisch werden wir sehen lasst diesen dummen handwerksjob los soll nicht euer beruf sein und wachposten kann ich definitiv noch gebrauchen den mache ich aber immerhin sogar zuerst so gut wir machen jetzt zumindest gleich genau wir haben 98 verwüstung das wird alles besser werden mit mit zeit wird alles besser gut ähm so dich kann ich erstmal irgendwo da hinschicken wenn du magst ihr solltet bitte nach mor unter habe ich wohl nicht gut genug ausgedrückt äh so das zwar eine sternfestung ausbessern du verbesserst das so und jetzt hast du gesagt hier nütze ok jetzt wahrscheinlich hätte sich gedacht ups dann doch nicht na und ihr habt vermutlich gar keine flotte äh ich werde die da oben auch nicht angreifen oder so die können da tun und lassen was sie wollen äh gut ich habe jetzt genug für das gerüst der Dyson Sphäre was wir dann auch einmal direkt hinterher bauen ähm hier verbessern wir das zu einem sternhafen hoch wir haben da was erforscht äh so lebensdorf in den anführern hoch ähm hier ähm hier ähm hier ähm hier ähm hier